genau dann aber du hast ja noch gar kein heute messer ja ich weiß brauchst erst ein heute messer das kann ich mir hier auch herstellen nehmen wir keine äste haben ich habe in meinem inventar unterwegs gerade so viele gesammelt ach so dass ich mir eines herstellen kann aus reinem zufall ach so wie aber du kommst du stellst dich neben mich und prügelt erst mal drauf ich habe nicht geprügelt ich habe einfach nur die schmiede geöffnet bei mir hast du voll drauf geprügelt ja klar wieso sollte ich heute haben wir haben wir noch in der in der werkstatt drin achte der rüstungsmacherwerkstatt ja da habe ich noch ein paar eingepackt cool ach ne eisenkriegsachs stellt sich madame her ja aha so so ja macht sie einfach mal eiskalt macht sie ja damit ich gescheit tiere töten kann für tier heute damit auch du ein bett kriegst mein lieber ja hast du dir jetzt schon ab heute messer hergestellt nie ne doch doch aber eine spitzhacke brauchst du ne für ja später ach so ja also ich habe jetzt nur die kriegsachs und das heute messer mehr habe ich noch nicht ach doch ich kann schon zwei her stehen ich gehe trotzdem tier heute farm ein bisschen die achse ist ziemlich cool die achse ist ziemlich cool das muss ich schon sagen die ist cooler als dieses andere teil das ich vorher hatte das ist eine stein nase da gehe ich nicht hin so na dann legen wir mal los ne jetzt können wir endlich auch eine sichel herstellen oh sehr nice hier ist ein bett da kannst du deinen spawnpunkt da noch aktualisieren cool jay reiseschritt abgeschlossen in einem bett schlafen ein leichtes rüstungsteil anlegen alles klar endlich eine kugel werfen jetzt hab ich halt völlig umsonst zwei eisenpickel hergestellt ne tja weil dann bombarding welten Ei, ei, ei. Da sind noch ein paar Fleischfetzen drin, wunderbar. Also wir müssen fast doch mal in diese eine Höhle gehen. Für den Schwefel. Ja, können wir ja machen. Mhm. 200 Stahlfeuer. Sehr gut. Ja. Ich hatte zwischendrin ein Level Up. Es dauert jetzt eh wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit. Achso, ja, ich muss hier noch Holz reinpacken. Wäre eine Idee. Sonst geht da gar nichts. Ja. Ah, es geht sogar. Es geht sogar relativ zügig voran. Guckt keiner, ob sich der Rüstungswert hier... Na ja, gut. Na ja, gut. Na ja, gut. So. Ich nutze mal die Zeit. Mehr oder weniger sinnvoll. Ja. Mhm. Ja. Brauchst du Hilfe irgendwie bei was? Och nee, eigentlich nicht. Ich farm grad ein bisschen Holz und Rinde und Äste und so. Okay, dann geh ich die heute farm. Okay. Und ich könnte... Wir könnten danach nochmal in diese Höhle gehen. Okay. Okay. So, geh ich hier runter. Und töte hier das Zeug. Jetzt kommt doch nach unten. Wollt! Das tut mir leid. Das tut mir leid! Du bist so sehr w coordoniert. Und du hast mehr zu mir? Was ist er dann? Ich versuche mich! Das hört mich nicht. Oh, das hört! Du bist darüber schluter. Tot. Ach, tot. Was bist du denn? Bist du eine Babyhyene? Ach, bleib liegen. So eine Babyhyene ist ultras knuffig. Ja, vor allem wenn sie sterben. Genau. Komm her, du kleines Misty. Herrlich. Herrlich. Die Babyhyene TWO. Das war's. Die Babyhyene. Die Babyhyene. Die Babyhyene. Die Babyhyene. Was ist das? Das haben die schon cool gemacht. Hier mit den Tierleichen. Muss ich schon sagen. Mehr für Zwirn. Alles klar. So, hi. Nein, nein, nein. Ich bin... Eww. Hi. Bleib liegen, lohnt sich nicht. Ich habe ein kleineres Gericht. Ich bin nicht mehr. Ich habe ein kleineres Gericht. Alles gut. Du stirbst. Sag ich doch. Sag ich doch! Ja, ich bin halt ein bisschen blutrinzig. Tut mir leid. Tut mir fast leid. Ich brauche ein bisschen Swim. Wunderbar. So, dann können wir jetzt schon langsam aber sicher mal wieder zurück gehen. So, dann können wir jetzt noch ein bisschen blutrinig. So, dann können wir jetzt noch ein bisschen blutrinig. Okay. So, dann können wir jetzt auch ein bisschen blutrinig. So, dann können wir jetzt noch mal wieder zurück gehen. hey brauchst du noch ein trink schlauch ja dann mache ich dann ich sehe übrigens voll sexy aus noch sexier ist vorher ich habe jetzt eine schamanen rüstungen du kannst dir übrigens selbst deine rüstung jetzt bauen ich habe die ganzen polsterungen und so schon gecraftet für dich muss ich dir nur noch selbst an kraften was du haben möchtest diese schamanen rüstung die ich habe bringt den stärke bonus hallo schick ja ich mir ihn angucken und dann läuft einfach weg das packe ich jetzt einfach mal hier rein wenn wir zu peter zurückkehrt dann wird er angst vor mir haben dafür werde ich sorgen wenn ich da mit meiner schamanen rüstung stehe dann wird er angst haben schamanen rüstung kann ich gar nicht machen sonst stürmmaske ich glaube die kann ich gar nicht machen doch nicht was klaventreiber Ach, das ist ne schwere Rüste. Hm. Die ist leicht. So ein schweres... Das Teil wär ja schon lustig, ne? Ich glaube wir müssen danach den Server kurz neu starten. Ah, das ist klar. Es wurde nämlich, es hat sich ne Mod aktualisiert. Und deswegen kann keiner sonst mehr auf den Server, außer uns. Hahaha. Ich mein, ist sehr exklusiv gerade, aber vielleicht sollten wir doch mal so nett sein. Ich geh auch mit der Schamanenrüstung, die sieht lustig aus. Sehr gut. Wir werden Schamanen. So. Ähm, der Kerl wollte einen Trinkschlauch haben. Also, er braucht noch einen. Sag ihm mal, Peter ist eine See. Nee, Peter ist... Bist du bereit oder hast du das jetzt gerade noch in der Warteschlange? Das baut noch. Wenn's fertig ist, sag Bescheid, dann starten wir den Server kurz neu. Okay. 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 Ich hab hier auch einen Trinkschlauch für dich. Nehm ich gerne an. Frau Schamanen, gut ziehen Sie aus. Besten Dank. Komm mal her, du dreh dich mal um. Ja. Wunderschön. Mhm. Ich weiß. Wunderschön. Ja, du auch. Ehrlich. Danke für das Thumbnail. Bitte. Ich danke, ich danke selbst. So. Okay, dann starte ich mal ganz kurz den Server neu. Mach das. Ich danke, 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 ich danke Bis zum nächsten Mal.